Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D-Ray. Ja, ich habe mir heute mal 47 Ronin in 3D angesehen, der ist bei mir hier gerade zu Ende gegangen mit dem guten Keanu Reeves. Ja und ganz ehrlich, ich habe nicht allzu viel erwartet vor dem Film, was das 3D natürlich betrifft. Wurde jetzt eines Besseren belehrt, ist wirklich ein recht solider 3D-Film, wie ich finde. Ist jetzt kein Megakracher wie Pets oder Ghostbusters, aber wirklich sehr solide das Ganze. Wir haben schöne Staffelungen im Film, eine schöne räumliche Tiefe von Anfang bis Ende. Hier und da kann man auch ein bisschen weiter gucken, kein Ghosting, 6, 7 Pop-Out-Effekte haben wir. Einer sieht wirklich richtig gut aus, dazwischen immer mal so kleinere Effekte wie Regen und Schnee, was einem so ein bisschen entgegenkommt. Von daher gibt es wirklich nicht viel zu meckern, stellt euch das gute Ding ruhig mal mit ins Regal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis demnächst, euer 3D-Ray.